Nee. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Counter-Strike, Condition Zero mit Z1. Hallo. Ja. Das war das, warum nicht. Und Condition Zero ist sozusagen ein DLC, ein Add-on für ein 6. Was aber eigentlich gar nicht so ist wie ein 6, sondern noch was ganz anderes. Nämlich haben sie versucht, bei Counter-Strike so ein bisschen Single-Play-Action-Ranzepacken und eine kleine Story und so, wo man sich dann sein eigenes Team zusammenbasteln konnte. Ist eigentlich ganz cool. Und für das Add-on gibt es dann noch mal ein Add-on. Deleted Scenes oder so. Doch, Deleted Scenes. Das ist eigentlich auch ganz cool. Aber wir spielen einfach ganz normal stumpf gegen Bots, weil es sowieso gereizt ist. Warum habe ich jetzt nicht die AWP genommen? Egal. Ja, und da dachte ich mir einfach, spielen wir doch einfach mal ein bisschen Condition Zero. Was ich momentan am meisten suchte von Counter-Strike. Ja, ich kodiere noch ein Video. Ja, und zack, währenddessen MW2, ein alter CPU-Hengs. Dafür suchte ich auch ein bisschen Load-Ord noch jetzt und wieder Warframe, keine Ahnung. Habe ich sehen, wie ich daran erinnere, dass es das Spiel noch gibt und deswegen habe ich mir das erstmal instant wieder bezogen. Wolltest du auch mit mir spielen, ey. Ne, das würde ich nicht sehen. Ich sehe wieder. Ich sehe wieder an sie. Nein, sie ist gar nicht so. Sie ist eigentlich ganz cool. Kommt darauf an. Das sagst du jetzt nur, falls du sich das Video anguckst. Ja. Okay. Natürlich ist aber auch nicht gelistet. Ich meine, nein. Bestimmt nicht. Und so. Wie fühlt man sich laut das Video ja hoch? Also von daher. Ja. So, ich spiele einfach. Random Boss. Ich kodiere einfach und zocke währenddessen MW2. Ja. Tu das. Warum die Trickshot? Der hat... Aber der Trickshot schreiben, also der Server heißt, ähm, irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall, ist das so ein Trickshot-Server, ne? Sniper und so. Und der hat sich einfach verschrieben und hat da Tickshot hingeschrieben. Oder weißt du, äh, weißt du denn, ob es vielleicht eine Trickshot-Art gibt, die ja heißt Tickshot? Kann ja alles sein, ne? Ich weiß nicht, aber eher nicht. Weil, naja. Wir können ja auch mal einen MW2-Trickshot-Server aufmachen. Oder noch besser, MW3. Bitte nicht. Hallo, Siebe, wir haben auch mal MW3 gespielt. Wir haben sogar ziemlich gesuchtet, weißt du noch? Ja, ich weiß. Warum eigentlich? Weil ich's random auf der Platte hatte und deswegen hatten wir kein anderes Theorie. Warum haben wir nicht welche Fickgeschwindigkeit? Und wann ist das Dino, wenn ich? Ja, lass mal wieder Bittesbezahlen. Ich muss das erstmal wieder runterladen. Oh fuck. Warum haben die alle Waffen? Hm, ich hab die, ach ne, ich hab die Bots ja gar nicht ohne Waffen eingestellt. Nein, du stirbst. Danke. Ich hab mit 19 HP überlebt. Juhu. Okay, was ist für die Random-Folge? Wir will Ruheieren. Bittesbiltrek. Bittesbiltrek. Leute, wie geil. Bis dann sind wir auch so gut.